Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Lemmings. Ja, mittlerweile haben wir jetzt Schwierigkeitsstufe 3 erreicht und wir sind in Level 5, The Prison. Und ich weiß noch, dass das kein schönes Level war. So, lass mich mal kurz gucken. Ich muss da oben hoch, bin ich der Meinung. Wir haben reichlich Treppen. Okay. I have an idea. Ja, so. So, dann nochmal anfangen Treppen zu bauen. Es hat schon seinen Grund, warum ich das so komisch hier mache. Keine Sorge. Die eigentliche Schwierigkeit, die ist wirklich hier. Da ist die große Schwierigkeit in diesem Level. Auch wenn man das nicht glauben kann, aber es ist so. So. Die, 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 die. Wische. Und jetzt machen wir Pluck. So. Und nun könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen. Oh. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht hier drauf fallt. Sehe ich gerade. Da hatte ich ein Problem. Natürlich fallte ich hier drauf. Ah. Das gibt's doch nicht. Was mach ich denn hier? Scheiß. Das wollte ich ja nun gar nicht. So. Na, ich komm jetzt viel zu hoch an, dich Idiot, ne? Oh, scheiße. Keine Mama. Ich hätte mit der Treppe anders anfangen müssen, bin ich der Meinung. Scheiße. Ja, ja, war doof. Okay, geb ich zu. Aha, aha, aha. Muss wesentlich tiefer da ankommen. Ja. Hab ich gut gemacht, ich weiß. Aber nur 75%. Das heißt, ja, die stehen einem schon ein paar Verluste zu hier, aber nicht so viele. Bum. So. Okay. Dann. So, da drauf. Wobei das jetzt auch nicht so clever war, ne? Beziehungsweise doch, war's schon. Ich mach einfach schneller, Idiot. Das geht natürlich auch. Andere Richtung. Andere Richtung. Andere Richtung. Alter Schwede. Ja, jetzt hab ich sie hier verpackt. Danke. Das reicht nicht mehr, oder? Okay. 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 Das könnte jetzt knapp werden. Okay, bis dahin komm... Da muss ich aber noch rüber... Oh mein Gott. Oh, das Level ist echt... Das ist richtig beschissen, das Level. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber... Weil, es kann durchaus passieren, dass der beim Durchbuddeln hier immer wieder stoppt, weil da halt immer kleine Lücken zwischen sind. Und... Oh, ist das ärgerlich. Boah. Oh, das sollte hoffentlich reichen. Und... Wow. Das hat funktioniert. Okay, wenn dem so ist... Versuchen wir gleich mal was. Also, ich möchte auf jeden Fall ins obere Haus. Ich glaube, das ist verständlich, ne? Wobei ich gerade eine Idee hab. Ah, mit ganz, ganz viel Glück könnte man auch ins untere. Mal sehen. Da brauche ich auf jeden Fall... Ja, das musste ich mal eben machen. Das hat schon einen Grund gehabt, weil ich da eine etwas dickere Wand brauche. Ach, ne. Wir können nicht... Äh, ne. Ich dachte, ich könnte schräg runterbuddeln, dann wären wir einen unteren. Aber so klappt es natürlich nicht. So, jetzt haben wir nämlich ein großes Problem. Jetzt muss ich den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und tschüss. So, jetzt müssen wir einfach nur Glück haben. Ich wollte natürlich schon, dass die jetzt alle da lang, ne? Tun. So, ich könnte mal ein bisschen Abstand verschaffen. So nicht. Scheiße. Ich muss jetzt einfach nur klicken wie diesen Weltmeister und hoffen, dass die durchkommen. Okay, ein paar sind tot. Ich hoffe einfach mal, dass genug noch reinkommen. Ja, was bei 70 war doch richtig. Oh, was ist mit euch da los? Kommt ihr da noch frei? Ja, so nicht. Ihr könnt verrecken. Aber ich glaube, ihr habt was bei 70%. Von daher müsste das reichen. Ich hoffe. Weil das Level ist echt scheiße. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Oder? Jawohl. Hat gereicht. Ja, geil. Sehr schön. Dann haben wir ja noch was gut gekriegt. Eigentlich mit 88%. Oh, läuft. Okay. Ach, das hatten wir auch schon mal. Compression Method 1. Okay. Ja, das hatte ich ja schon mal erklärt. Wir haben unten praktisch eine Falle. Ach so, Kompressionsmethode. Das heißt, ich glaube, ich weiß schon. Ja, wir müssen die alle zusammenfügen jetzt. in einen Haufen. Die müssen unten durch, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß schon. Ah, okay, okay, okay. Mhm, mhm. Ihr habt keine Ahnung, ne? Passt mal auf. Nein. Nein. Du musst nach links buddeln, bitte. Ja. Und hier brauchen wir auch einen. Äh, das ist natürlich jetzt ein Problem. Jetzt habe ich sie alle da drin. Ja, so nicht. Scheiße. Fuck. Ich muss die alle auf einen großen Klumpen komprimieren. Dazu müssen die aber erst alle in einen Raum. Boah, das ist scheiße jetzt. Ah, die Level werden immer beschissen. Na, auf Deutsch gesagt. Ähm. Ich versuch's einfach mal. Ich muss die alle zusammenfügen. Fangen wir damit mal an. Ach, schon, kann ich schon vergessen. Die müssen sitzen, verdammt nochmal. Ja, das passiert nämlich da unten. Ich muss die alle erst mal einkriegen und dann zusammenfügen. Gut, ich kann das ja mit einem... Stimmt ja, ich kann ja einen Blocker setzen, ich Idiot, ne? Ja, natürlich. Natürlich kann ich einen Blocker setzen. Grrrr. Okay, nochmal. Also, die fangen ja hier an. Halt an. Ach, da müssen sie auch noch durch. Scheiße. So. Okay. Sind alle da. Okay, alle da. Dann hauen wir die jetzt alle gemeinsam. So. Also, richtig komprimiert ist das jetzt nicht. Und das wird auch nicht reichen. Scheiße. Ich wollte die wirklich alle zusammen... Dass das fast wie so ein ganz großer Haufen aussieht. Aber jetzt laufen die sich ja auch alle wieder, ich Idiot. Das hätte ich hier hinten machen müssen wahrscheinlich, ja. Ja, das Problem ist, ja, dann vielleicht eine Bombe zünden oder so. So sind sie jedenfalls nicht komprimiert. Beziehungsweise ich könnte... Naja, das... Ach, nee, komm. Ich lasse sie jetzt einfach mal durchlaufen. Ihr seht, was passiert. Genau das. Und es wird kaum einer durchkommen. Ja. Da kommt fast keiner durch. Es sind nur noch... Oh Gott, das will sind das weniger da draußen. Ja, also ein paar kommen durch, aber ganz, ganz wenige nur. Ja, so wird's nichts. 10% geil. 40%. Na ja, immerhin. Also immerhin. Es ist jetzt nicht ganz, ganz schlecht gewesen. Es fehlen 20% mehr halt. Also, ich denke mal, die Art und Weise, die Art und Weise, wie ich das probiere, ist schon richtig. Ja, die müssen erstmal alle jetzt... sich für sich finden. So. Machen wir doch da mal einen Blocker hin. Wie wär's denn da mit? Das ist auch ne Idee. Probieren wir das mal. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das dann komprimiert genug ist. Ich glaub, besser krieg ich das dann eh nicht hin. So, wenn ich dir jetzt in die Luft jage, will ich hoffen, dass da ein bisschen Boden übrig bleibt. So, kommt alle rein da. So. Dann zünden wir den jetzt und hoffen, dass genug übrig bleiben gleich. Uh, okay. Ah. Oh, das sind zu viele, die da... Das sind schon wieder viel zu viele, die da drauf gehen. Scheiße, ey. Oder? Oh, fuck. Ne, das sind 29. Wie viel haben wir denn insgesamt gehabt überhaupt? 50? Oh, das gibt's nicht. 2% fehlen. Okay, das machen wir nochmal so. Das machen wir nochmal so. Also, das war jetzt ja schon fast... So, das machen wir nochmal. Das war in sich, glaub ich, gar nicht verkehrt. 2%. 2%. Ja, das ist... Ja, das ist einer, der hier vorher runtergefallen ist. Wisst ihr, bevor ich den Blocker gesetzt habe, sind ja schon ein, zwei Tod gequetscht worden. Und ich denke, das waren 100%ig schon welche von den 2%, die mir gefehlt haben. So ein Kack. Ja, jeder Lemming entspricht 2%, ne? Wenn wir jetzt hier 50 Stück haben. Ja, logisch. Okay, dann kriegen wir das jetzt hin. Komm, 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 komm. Alle rein da, rein da, rein da. Sehr schön. Und dann machen wir jetzt hier eine Bombe. So. Alle schön zusammendrängen. Ja. Okay. Beten. Beten, beten, beten. Oh, okay. 20% sind tot. Oh, bitte nicht. Ah. 33. Ah. Ja. Klappt, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Puh. Hat geklappt. Sehr schön. Und wir schaffen noch ein Level, denke ich, ne? Zeitlich. Ja, das kriegen wir hin. Vielleicht mache ich gleich auch noch ein Part. Ich muss gleich mal gucken. Ach, das Level hatten wir ja auch schon mal. Every Lemming for himself. Okay. Zwei darf ich verlieren. Das werden wahrscheinlich dann die Blocker sein. Ich habe nur drei Minuten. Okay. Ich überlege gerade, ob die da komplett drüber latschen. Oder ob die irgendwo anhalten. Ich glaube, die halten da an. Das müsste ich mal eben probieren. Und zurück kommen sie dann vielleicht gar nicht. Das wäre eigentlich das Beste. Kommen die da drüber, oder kommen die da nicht drüber? Das muss ich mal eben... probieren. Sorry. Lass mal eben wissen. Okay. Das ist gut. Das ist ja eigentlich so, wie ich das letzte Mal auch schon... Ich habe aber nur ein Krabbler, sehe ich gerade. Wenn ich aber nur ein Krabbler habe, kann ich nachher keinen mehr holen, der da durchbuddelt. Das heißt, das muss ich jetzt machen. Und wenn ich das jetzt mache, habe ich nachher keine Zeit mehr. Also muss ich jetzt schon mal einen Blocker setzen. So. Ja. Das ist theoretisch richtig, was ich da tue. Ich hoffe auch praktisch. So, dann hoffe ich, dass jetzt gleich fünf... Äh... Fünf Bomben reichen. So. Und ich hoffe, ich habe den Blocker jetzt nicht zu dichter gemacht, weil sonst... Äh, kriegt er das nicht kaputt, ne? Oh, sollte hoffentlich klappen. Und jetzt ist die Frage. Ich glaube... Ach ja, ich muss den hier wieder... Ach scheiße, ich muss den hier wieder treffen. Das ist doch so ein Kackstück. Ah! Okay. Das ist wieder diese beschissene Stelle. Die klappen muss. Ja. Kommt. Fliegt alle in die Luft. Ja! Nicht, dass ich mich darüber freuen würde. Gut. Hat geklappt. Ja, nee, machen wir gleich nochmal. Ja, komm, einen Versuch machen wir nochmal eben. Das kriegen wir nochmal eben hin. Ich muss... Das scheitert echt daran, dass ich an dieser einen Scheißstelle diese... ...diese Leiter setzen muss. Ne, Treppe. Verdammt, es ist eine Treppe. Plopp. So. Ihr dürft gerne so schnell rauskommen, wie ihr wollt. Ist gar kein Problem. Den Blocker setze ich trotzdem recht nah, damit der andere auch schnell umkehrt. Und da. Und da. Das ist gut. Okay. Ein bisschen schneller, bitte, mein Freund. Und ich hoffe, dass dann vier Treppen reichen. Müssen. Die müssen dann irgendwie reichen. Okay. Du kehrst da jetzt bitte um. Und buddelst hier. So. Zack. Sehr schön. Jetzt kommen wir in die bekloppte Stelle. Ich kann das nicht da oben machen. Weil ihr seht ja auch, ich habe keine Buddler. Ich muss den so tief wie möglich ansetzen. Und das ist hier die einzige... Er kommt hier kurz auf. Das weiß ich. Und da muss ich ihn irgendwie kriegen. Oh, sche... Kommt der wieder rüber? Ja. Ich muss dich hier treffen. Komm, bitte, 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 bitte. Ja, danke. Ich habe fast nicht mit gerechnet. Sondern ich muss die gleich schon wieder nachholen. Also. Hier zwei Treppen. Da zwei Treppen und da eine. Das muss aber haargenau aufgehen, ey. Puh. Ja, ich muss die eine Treppe... Um den da oben zum Umkehren zu bewegen. Die muss ich in Kauf nehmen. Beim nächsten Klicken hole ich sie nach. So, Pause. Da schon mal hin. Muss schnell gehen. Bombe. Zeugspringen. Scheiße. Ich habe nur noch eine. Reicht das? Oh, ja. Oh, ist es die Zeit schon wieder so scheiße knapp? Aber es reicht. Also die Zeit weiß ich nicht, aber die Treppe reicht. Ach, sie kommen schon. Sie kommen schon. Okay, das ist gut. Hauptsache der Schwanz ist nicht zu lang. That was she said. Da kommt ein bisschen mehr Gas, Leute. Gas, Gas, Gas. Ist ein schöner Anblick auf jeden Fall, ja. Ich glaube, einen Part nehme ich gleich noch auf, ne? Komm, einen nehmen wir gleich noch auf. Was soll's, ne? Einen machen wir noch. Scheiße, beeilt euch ein bisschen. Schneller. Das ist schon wieder so knapp. Das ist doch knapper als letztes Mal, glaube ich, oder? Wieder acht Sekunden. Sieben. Sechs. Guck mal, wir haben sogar ein Prozent mehr gerettet. Habe ich gut gemacht. Schön. Okay. Dann gucken wir uns das nächste nochmal eben an. Okay. The Art Gallery. Okay. Hatten wir auch schon mal, glaube ich, das Level, bin der Meinung, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, hatten wir. Mal gucken, was wir diesmal machen müssen. Wir brauchen alle, sehe ich gerade. Wird interessant. Lösen wir beim nächsten Mal. Euer Alex. Ciao. Haut rein.